jetzt hier ich glaube ich werde einfach jetzt mal eine folge machen wo ich nicht reden werde wobei das glaube ich ein bisschen schwer werden wird und sieben kostet das gerade ich kann jetzt also mit sieben handeln also ein 1 und kack stein kostet sieben wir zahlen sieben hundert für 100 steine ist ja richtig abzocke 700 einmal 350 ist das ne ja ganz genau so 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 auf geht es stein ja das ist schön wir haben wieder ein bisschen stein mehr kannst du wieder abhauen kannst du eigentlich wieder abhauen kommen und was ist denn jetzt hier mit dem ding was ist mit dem zeug will nicht okay dann würde ich mal sagen ich baue die schule woanders hin etwas außerhalb wo kann ich denn hier die nächste schule hinbauen baue ich die nächste schule einfach hier hin hier außen oder ja oder na ja komm ich baue die hier einfach hin hier habe ich sowieso für nix platz deswegen werde ich die einfach hier hinbauen dann habe ich das und dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern so ich werde einfach noch mehr leute als stein mätze einstellen ist gerade sehr wichtig für mich stein mätze und ich bin echt müde okay wenn ich mich jetzt mal ein bisschen gleich verabschiede also mit der stimme dann hoffe ich jetzt verzeiht mir das ich glaube ich werde jetzt einfach mal ein bisschen nicht so viel reden ansonsten bin ich gleich um weil ich werde echt ich merke schon wie ich gleich wirklich jung kippe ziemlich schwer für mich jetzt gerade noch meine augen offen zu halten und ist eigentlich nicht gut deswegen werde ich einfach mal gleich nicht reden zumindest soweit es geht weil irgendwann muss ich halt irgendwie wieder reden aber wie gesagt ich versuche es oder ich reche jetzt einfach wieder die ganze zeit durch was ich aber nicht glaube so ich habe wieder ein paar lebora dann werde ich jetzt einfach mal noch einen hier reinstecken irgendwo in ein feld so zack die sind nämlich auch gerade alle verreckt hier die ganze farmer und so echt nicht schön das ist echt nicht schön aber wie gesagt so muss das leider so muss das leider und es geht dann auch nichts anderes das ist Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich bin sowas von müde Das könnt ihr euch nicht vorstellen Oh Gott, und wir haben ja sieben Laborer Dann können wir echt ein paar Leute einstellen hier In die Landwirtschaft Das ist ja dann gar kein Problem Zack, dann soll die hier auch arbeiten Und dann kann ich noch zwei Leute einstellen So Und dann kann ich hier auch noch Leute als Fischer einstellen So Und wo ist denn noch eine ungerade Zahl Hier kann ich noch einen einstellen Und dann wäre es das erstmal gewesen Mit meiner tollen Glückssträhne Und die sind echt schon bei 24% Abgebaut Die Minenarbeiter Das ist echt schon ein Hammer viel Aber ich denke, da geht auch Auf jeden Fall einiges Ansonsten Dann habe ich echt ein kitzekleines Problem Obwohl ich ja hier schon die zweite Quarry habe Finde ich jetzt nicht so Ungewöhnlich schwer So Kann ich noch irgendwas machen hier? Ich weiß gar nicht Das weiß ich ja gerade echt nicht Aber ich weiß, was ich machen kann Und zwar Habe ich hier noch ein paar Arbeiter, die ich arbeiten lassen kann 45 Und dann lasse ich hier auch allen arbeiten 36 Zasch Und dann habe ich echt alles verbraten, was geht Überall ist jetzt Zwei oder ein Leute auf dem Feld Auf jeden Fall sehr gut Sehr, sehr gut So Und ich denke, die Folge wird jetzt einfach mal ein bisschen kürzer Es tut mir leid Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß Schaut morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Banished Ich hoffe, ich bin morgen einfach nicht so müde Wer weiß, vielleicht schon, vielleicht nicht Und ich bin wie gesagt in Ferien und mache Urlaub gerade Deswegen Keine Kommentare werde ich lesen oder sonstiges Ja, vielleicht bin ich ja nach den Ferien berühmt, wer weiß Ciao 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 Vielen Dank.